Und dann schauen wir mal rein, was für Videos ihr uns geschickt habt. Oh, süß! Wie lustig, dass sie sich sofort bewegen. Wie sieht das aus, als würde es über Wasser laufen? Süß. Das war ein cutes Video. Geh mir nicht auf die Nerven! Hey! So können Sie mit meinem Sohn doch nicht reden. Was glauben Sie, wer Sie sind? Ich bin Plankton, du alte Hexe. Und dein Sohn stinkt nach Popeln. Hey, so kannst du mit meiner Frau nicht reden. Was denkst du dir eigentlich? Ich denke, es wird Zeit, dass du ein paar Kilo abnimmst. Das denke ich, Fettsack. Hey, so können Sie mit meinem Enkelsohn doch nicht reden. Sie sollte man ganz schnell in die Psychiatrie einsperren. Und sie sollte man in eine Plastiktüte stecken und in den Fluss werfen. Da haben Sie vielleicht recht. Das ist eine fucking Kinderserie. Das ist eine fucking Kinderserie, Junge. Was ist passiert? Wieso ist es explodiert? Das Video hat mich einfach nur erschrocken. Schrecklich. Süß. Süß. Aber ist es nicht so, dass wenn da ein Baby ist, dass dann sein kann, dass die Mutter so übel nah ist? Vielleicht gleich Todkollege, man weiß es nicht. Maybe, just maybe. Ja, manche Leute haben halt einfach besondere Talente im Leben, wisst ihr? Die können einfach manche Sachen besonders gut. Fiat-fair. Fiat-fair. Oh, was ein guter Clip, den kann ich noch nicht. Okay, so we're going to put in a picture of a gay couple hugging each other. That's going to permanently stand behind our logo for all times. And now we're going to throw in some text down at the bottom. We're going to use Comic Sam's because it's the most oppressed language. We love gays. Perfect. Okay, and then I just got word that we hired an influencer to make our video campaign. Let's watch this video. I've heard it's very in support of the gays. I love gay people. It's perfect. Yeah, that's with the logos. So a month before we do something homophobic and then in Pride Month all the people say Let's go for rainbow colors this month. Top 10 women I'm attracted to Number 10 No one I am a strong believer in God And the foolish act of feeling attraction towards another mortal human being Would be a huge distraction to my goal of eternal peace Honorable mention Judy Hopps from Zootopia Uncompossible Damn, girl. Are you a construction worker? Because you are building What? Mmm Mmm Is this real? Yeah Bro, der muss da so viel Geld für bekommen haben. Also so dieses andere unnormal viel Geld, wisst ihr? So richtig viel Geld. Halb Madeira kannst du damit einmal kaufen viel Geld. Ach man weiß wie viel, 16 Millionen. Weißt grad so viel in den Chat schreiben. 16 Millionen hat er dafür bekommen. Ich hätte sogar actually gedacht noch mehr. Uff. Another highway is going to be really useful. Yeah, but I'm not done yet, though. Wait, you're not done building it? Ah! My daddy arrustung. Ah! Pain! Pain! What's the number one? Duck. Time to go! Oh, here. It's okay. It's okay. Everyone needs to go out. Grab yourself, quick. Time to go! Alter. Grauenhaft. Die armen Menschen, die da saßen. Time to go! Die Müllerkur. Mülltrennung. Ich habe for some reason, hier ist aber, wenn die Müllerkur vorbeikommt, kurz für eine Sekunde Angst, dass die sagen so, Antonia, du hast den Müll falsch getrennt. Da ist Papier im Plastikmüll. Und dann fliege ich von Madeira. What the fuck? Luckily, nobody was hurt. They're doing all right. The truck is still alive. I don't want to stand on the neck. Yeah, Anni wird's probieren. Wenn ich Anni sagen würde, Anni, actually kann man auf dem Ei stehen, ohne dass es kaputt geht. Willst du es ausprobieren? Sie wäre so, okay. Und dann schon wieder Ei tot. It happens again. Up a slinky, the bottom of the slinky actually waits in midair until the top of the slinky catches up with it and then it can fall. Even if you attach a weight to it, like a roll of duct tape here, the duct tape just waits in midair until the top catches up with it. This is because the bottom doesn't know when to fall until the pressure wave from the top catches up to it and it moves at a finite speed through the slinky. But this isn't magic. The center of mass of the slinky is still falling as if it were just a ball dropping through the air. Okay, now we're going to do a gigantic slinky. So what's amazing about this is that the top of the slinky hits the ground before the bottom of the slinky which was only a few feet off the ground. Krass. Mega cool. Geiles Video. Crafty. Breadboat. Wie so das funktioniert. A girl was excited for her sweet 16 and she asked her boyfriend to buy her a car. He said yes. The night of the party, he didn't come. She was very sad. Then she found out he died trying to drive two car... two cars at once to her party. Like this if you love your boyfriend. Alter. Das ist übrigens auch wild. Der Abdruck hier von diesen vier Tagen PC, wo ich meine Hand auf dem Mausfeld hab, ist übrigens auch eine ganz wilde Nummer. Ja, hier nicht. Nur auf der Seite natürlich. Der Gamer-Abdruck. Real Gamer haben das Chat. Boah. What am I seeing? Das Video heißt auch Worst 20 seconds of football. Das ist grauenhaft. Wirklich schrecklich. Blast, dass England so spielt heute wie die beiden Mannschaften. Ja. Ich mochte es, als Sascha's Videos noch so gut waren. Quality Content. Danke dir, Sascha. Kanye, what's the best part about being a dad? The kids. Kanye, what's the best part about being a dad? The kids. Oh, ich lieb's. Ich mach noch ein letztes Video, aber ich mach nichts, an wo ich mich so konzentrieren muss. Ja. Sowas hab ich gesucht. Yeah. Yeah. Und Explosion. Und jetzt. Mach Boom. Oh. Ah. Oh. 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 Vielen Dank.